Heute ist die Maus mal im Schlafzimmerfenster. Hat man einen Blick weiter von oben. Hi Süße. Guten Morgen. Alles lüften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen, sonnigen Morgen. Genießt noch das kühle Wetter jetzt zum Lüften. So wie die Flut das hier auch macht, unsere Zaubermaus. Ja. Schau dir alles genau an, die Princesse.